Auf der InterNorga 2014 in Hamburg, der internationalen Fachmesse für die Gastronomiebranche, wurde der Place to Smoke Raucher- und Gästekorb zum ersten Mal einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Nicht nur am Messestand, sondern auch im Außenbereich waren die Besucher von Körben begeistert und nutzten dankbar die Möglichkeit, vor Wind- und Wettergeschütz zu rauchen. Besondere Aufmerksamkeit wurde den neu entwickelten Tischen zuteil. Lieferbar in verschiedenen Größen sind die wackelsicheren Tische die Innovation für den Gastro-Einsatz. Einfach abnehmen und aufsteckbar können die Tische direkt als Serviertablett für Speisen und Getränke genutzt werden. Die zweite Ebene dient als zusätzliche Ablagefläche, zum Beispiel für Handys. Neben der einfachen Verstellbarkeit der Rückenlehne, den verlängerten Markisen und Edelstahltrittflächen sorgte besonders die patentierte Dreh- und Manövrierbarkeit für Aufsehen. Mit minimalem Kraftaufwand kann der Korb nicht nur in die Sonne und gegen den Wind gedreht, sondern auch spielend leicht versetzt werden. Die massive Bauweise und der Einsatz robuster Materialien garantiert dabei Langlebigkeit im ganzjährigen Außeneinsatz. Place to Smoke – der Raucher- und Gästekorb – eine gute Idee.